Musik Die Zukunft des Seidenweberhauses und sein Umfeld beschäftigt die Stadt Krefeld schon lange. Das Gebäude aus den 70ern ist in die Jahre gekommen, keine Frage. Veränderung muss her. Ein Abriss oder eine Sanierung? Was soll mit dem Theatervorplatz geschehen? Was mit den angrenzenden Straßen? Diese Fragen um einen der zentralsten Punkte in Krefeld wurden jetzt an die Bürger der Stadt gerichtet. Im Glasfoyer des Stadttheaters lud Oberbürgermeister Frank Mayer zu einer Bürgerwerkstatt ein. Die Zukunft des Seidenweberhauses ist eine der emotionalsten Debatten in Krefeld, sagte er. Mir war das wichtig, eine gute, breite Bürgerbeteiligung aufzustellen. Und dann kam relativ schnell die Idee zu sagen, lass doch mal eine Bürgerwerkstatt machen, so wie wir das heute tun. Das ist aber der Anfang der Bürgerbeteiligung, nicht das Ende. Kreative Vorschläge waren erwünscht. An die Finanzierung sollte zunächst niemand denken. Es sollten möglichst viele unterschiedliche Ideen zusammenkommen, sagte Elke Fraunz, die Organisatorin und Moderatorin der Bürgerwerkstatt. Die Kernfrage wird natürlich sein, was machen wir mit dem Seidenweberhaus? Ich glaube, das merkt man auch, das brennt den Leuten unter den Nägeln. Wir wollen ja eigentlich ein bisschen weiter gucken. Wir wollen uns nicht nur auf das Gebäude konzentrieren, sondern auch den Theaterplatz und das Umfeld insgesamt mit in den Fokus nehmen. Insgesamt rund 120 Teilnehmer waren dabei. Zu Beginn gab es eine Talkrunde der Vertreter der Bürgervereine. Es waren rund 40 Mitglieder von Bürgervereinen vor Ort und rund 80 Teilnehmer waren interessierte Krefelder, die sich zur Bürgerwerkstatt angemeldet hatten. Und auch die Politik ist eingeladen. Die Politik hat heute eher eine beobachtende Rolle. Es ist wirklich, wie der Name schon sagt, eine Bürgerwerkstatt, wo Bürgerinnen und Bürger planen können. Und ja, die sind eingeladen worden über die Zeitung, über persönliche Einladungen. Sie sind entweder ganz normale, nicht organisierte Bürgerinnen und Bürger oder aber auch Vereinsmitglieder, Vereinsvorsitzende. Also eine ganz bunte Mischung aus der gesamten Stadt. Ich bin gespannt, was jetzt in den Diskussionen passiert, wenn die Meinungen aufeinandertreffen, sich ein wenig reiben und dabei vielleicht auch ganz neue Ideen entstehen, was passieren kann. Neun Arbeitsgruppen sollten mögliche Szenarien zur Zukunft des Seidenweberhauses und des Theatervorplatzes diskutieren. Konzentriert und leidenschaftlich widmeten sich die Teilnehmer ihrer Aufgabe. Schnell war klar, das Areal soll lebendiger wirken, barrierefrei sein und der Krefelder soll ohne Angst den öffentlichen Platz besuchen können. Also das alte Seidenweberhaus, nein, es gefällt uns doch überhaupt nicht. Es zeigt ja den Popo genau zur Innenstadt. Also da muss etwas geschehen und es ist zu schattig. Für eine Außengastronomie, dass man Leute hier hinlockt, ist es zu schattig. Die Übereinstimmung besteht insbesondere um die Beruhigung der St. Antonstraße und dass der Theaterplatz belebt werden muss. Uneinig ist man sich darüber, ob man das Seidenweberhaus erhalten soll oder ob man es abreißt. Wir sprechen gerade darüber, wie man diesen Platz am besten gestalten kann, wenn man zum Beispiel eine Markthalle da errichten würde, wo diese Markthalle eben auch hinkommen sollte. Ob auf der einen oder anderen Seite, also das alte Gebäude auf jeden Fall abreißen. Das ist so der allgemeine Konsens in der Gruppe, was man da macht, um eben die soziale Problematik momentan auch in den Griff zu kriegen. Wir plädieren für einen Neubau und eine Neugestaltung des Platzes, denn dieser Platz wird nie belebt werden können, wenn wir es nicht schaffen, Sonne auf diesem Platz zu kriegen. Und deswegen beschäftigen wir uns damit, eine Veranstaltungshalle, die wir als dringend notwendig erachten, mit einem Hotel zu kombinieren, um eine Kongressmöglichkeit bieten zu können. Und eben auch kombiniert mit Außengastronomie, sodass der Platz anders belebt werden wird. Der Schwerpunkt, mit dem wir uns beschäftigt haben, ist der Abriss des Seidenweberhauses und eine Neugestaltung des Platzes, wobei ein Veranstaltungsgebäude an einer anderen Stelle der Stadt dann errichtet werden sollte. Dass eben halt auch der Platz tagsüber belebter ist, indem man hingeht und Gastronomie oder Markthalle auf diesem Platz errichtet war, wovon auch das Umfeld in der Stadt eben halt Vorteile ziehen kann. Engagiert und fleißig stellten die 120 Teilnehmer der Bürgerwerkstatt ihre verschiedenen Planungskonzepte zusammen. Abriss, Neubau, Sanierung, Neugestaltung, jedes der genannten Stichwörter soll Gehör in der Politik finden. Im politischen Prozess werden die Ideen alle nochmal diskutiert. Sie werden dann nochmal mit der Realität ein wenig konfrontiert. Wie sieht der finanzielle Rahmen aus? Welche Möglichkeiten hat man, Dinge zu tun? Aber alles, was heute gemacht wird, ist nicht vergebens, sondern ist Bestandteil der öffentlichen Diskussion und der politischen Diskussion. Die Durchführung der ersten Bürgerwerkstatt der Stadt Krefeld lief erfolgreich. Schnell entstanden gemeinsam entwickelte Konzepte auf Flipcharts. Auch wenn nicht alle innerhalb der Arbeitsgruppen die gleiche Meinung teilten, das Angebot der Bürgerwerkstatt der Stadt Krefeld kam gut bei den Teilnehmern an. Ich komme hier aus Krefeld, bin hier auch aufgewachsen in Krefeld und fand das ganz toll, dass heute hier sowas stattfindet, wo man dann wirklich mal selber mitmachen kann, um etwas zu planen, was die Stadt auch nachhaltig verändern soll. Ich fand das Angebot der Bürgerwerkstatt sehr gut und ich wäre auch froh, wenn es in Zukunft öfter mehr Bürgerbeteiligung in Krefeld gäbe. Also ich finde das hervorragend, weil der Krefel an sich neigt dazu, seine Stadt immer ein bisschen kaputt zu reden. Und dadurch hat er jetzt von Anfang an die Möglichkeit mitzugestalten und hat hoffentlich anschließend keinen Grund, rumzumaulen. Hätte man das doch schon damals gemacht. Hätte man die Bürger einfach gefragt, wir Krefelder sind ein besonderes Vögelchen. Ich bleibe dabei, es gibt gute, böse und Krefelder. Ja, hätte man uns gefragt, denn ich sehe ja jetzt, wir sitzen mit acht Mann hier am Tisch. Ich sehe, tolle Meinungen sind da eingekommen und dann denkt man nach, dann denkt man, oh, hat gar nicht so Unrecht. Gegen Ende der Veranstaltung wurden die verschiedenen Ergebnisse der neun Arbeitsgruppen vorgestellt und diskutiert. Die Sprecher der Gruppen stellten ihre Ideen auf der Bühne des Glasfoyers im Stadttheater vor. Und noch ein Hotel und noch ein paar Wohnungen und so weiter. Und dieser öffentliche Platz soll bespielt werden, die den Erhalt des Seidenweberhauses betrifft. Und dass auch die vielen kleinen Einrichtungen, die Lokale, die hier eigentlich waren, die jetzt alle geschlossen haben, dass die auch eine Chance haben, durch die direkte Wegeverbindung auch hier wieder eine andere Funktion zu bekommen. Ein Fazit aus den unterschiedlichen Vorschlägen zog Lukas Hampel. Er ist Experte für Architektur und Städtebau. Ich fand das insgesamt sehr inspirierend. Es gibt gewisse Zurückhaltungen, glaube ich. Auch man möchte sich, glaube ich, da auch nicht irgendwie zu sehr herauswagen. Das war bei der Expertenrunde ganz ähnlich. Die waren doch dann relativ konservativ, einfach auch pragmatisch orientiert. Martin Linne, Baudezernent der Stadt Krefeld, zeigte sich beeindruckt von der ersten Bürgerwerkstatt der Stadt Krefeld. Ja, zum einen bin ich fasziniert über die Intensität der Diskussionen in der Bürgerschaft, in den neuen Arbeitsgruppen, mit welcher Konzentration hier gearbeitet wurde. Wir werden im April eine Ausstellung in der Mediothek durchführen, über 14 Tage hinweg. Sie können sich aber auch im Internet von zu Hause, von überall aus anschauen und auch kommentieren. Das ist ja ganz wichtig. Und all die Rückmeldungen, die wir dann bekommen, die werden wir zusammentragen, auswerten und für die politische Beratung dann aufbereiten. Ob Park, Gastronomie, Neubau oder Umbau, die Zukunft des Seidenweberhauses und seines Umfelds soll von den Konzepten der Bürgerwerkstatt beeinflusst werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017